ich bin mir nicht sicher ob ich ich bin mir nicht sicher ob ich das machen kann ne schade kann ich anscheinend noch nicht verdammt 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 wer macht das jetzt Plattwetten der macht halt jetzt Platt, ich werde drauf oder? ne doch nicht wie kann ich denn, ah ich weiß gar nicht mehr den könnten wir jetzt theoretisch rufen ich muss aber grad erst mal gucken auch dat und dat machen wir mal so hä? wieso wieso zum Teufel kann ich das jetzt nicht machen das muss ich jetzt grad ehrlich gesagt nicht verstehen ne ich hab hier zwei Sterne und vier Sterne hä? da ist mir grad n tic zu hoch ähm ne ist auch nicht auch nicht auch nicht mein gott naja bin ich auch nicht ähm munterbeschwörung muss da hier irgendwo Fusionswischung Synchro beschwören da äh 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 muss die Summe der Schuhen von einem offenen Empfängermonster und einem anderen Nicht-Empfängermonster auf der Spielfeldseite von deiner Schließende äh du kannst nur Empfängermonster in einer in einer beliebigen Anzahl von Nicht-Empfängermonster Opfers kannst du alle synchron unsere schwören dass die gleiche Stufe hat wie äh hab ich doch ich erfülle alle Voraussetzungen dafür das ist komisch das ist mir grad n tic zu hoch ganz ehrlich gut vielleicht geht's auch erst nächste Runde mal gucken äh mofftronische Schreuder oeeaa wo macht die Karte denn oh Gott ja ich will den Fall den Karten aktivieren so weg mit der Karte ja ich drehe hier noch voll am Rad äh nein 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 ich weiß gar nicht was die wie wirkt dein Hand zu deinem Deck hinzu ja aber aber man ich will jetzt hier endlich mal die Scheißkarte rufen boah ich krieg da grad echt die Kotze ne bin ich ganz ehrlich ich weiß echt nicht warum ich die nicht rufen kann ich hab keine Ahnung gerade ich werde jetzt nochmal schnell unter Google gucken weil ich guck nochmal aber jetzt konnte ich damals den Effekt der Karte eigentlich aussehen wenn ich mich richtig erinnere ja bis gleich so ich hab jetzt grad nochmal geguckt das Deck musste hier aufleuchten ja gut aber ja naja nein ah jetzt können wir hm jetzt können wir komisch bitte die Monster die du spielst oh ok ruch doch nur Erz und so besser können wir sogar rufen hm zack zack und zack Angriffsposition natürlich Angriffsposition natürlich der uns hilft hm die beschwungen wir jetzt nochmal ja die kann man ja nicht rufen jetzt kommen wir aber endlich jawoll ich gucke hier grad so ein bisschen keine Ahnung wieso Pisser so ein direkter Schaden jetzt endlich mal achso ja die eine Karte da oh ja war das denn für ein effekt achso ja stillen wenn da ja rot drachen erst unterwählter ein monster in verteidigstemandrufe anrufe angreifende angreift werden ja alle monstern verteidigstemposition zerstört ein bisschen sehr netter effekt wir rufen den jetzt mal dafür und jetzt direkter angriff das sehen wir auch nicht alle tage dass hier so ein effekt kommt ja komm wie oft hast die karte noch die karte verhindert halt jeglichen angriffsschaden wieso wieso zu teufel was ein schlechter scherz ist ne toll da hast du zwei karten ziehen normalerweise eigentlich die platz nichts gutes wetten die zu zerstören karte aus über die hier nicht mal rot drachen er kann zwar folgenden kollege komponente aber schon oft gut gesehen jawohl endlich mal endlich hatte mal lebenspunkte eingebüßt der kleine hier wurde auch mal zeit irgendwie zerstöre ich die ganze zeit mein eigener monster ist eigentlich gar nicht gut ag brecher brauchen wir eigentlich jetzt nicht eigentlich mal verdeck nur hinlegen jetzt tun wir den noch weiter lebenspunkte auch nur wie schon wieder nervt so ein bisschen noch wenn ein moment so beschworen wir können zu essen auf die verteidigung zu ändern die hier weil ich darauf ausspiele dass ich den hier rufen kann und machen sein monster natürlich platt ich hoffe ich ziehe jetzt gleich keine monster karte wofür ich hier opfern muss ziehe ich nicht gut jetzt mal verdeckt gleich ist nix zu ja gut nix rund ist eh platt von daher machen wir ihn mal platt genau weg mit dem bengel der hier nix zu suchen was auf keinen fall die rp deines gegen das wohl auch reduziert die ich übersehe manchmal ist so die kleinigkeiten